So, was geht Leute? Das ist wahrscheinlich das allererste Video hier auf dem Highlight-Kanal. Und jetzt gucken wir uns hier mal zusammen die Situation mit Polo G an. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Polo G wurde vor zwei Tagen wurde sein Haus geradet und einen Tag später wurde er festgenommen. Die Anstiegungen sind ziemlich hart und wir gucken uns jetzt mal an, was da war. Das ist ein Szenario, was ich überhaupt nicht verstehen kann, Alter. Guck mal, Chat, einige wissen gar nicht, was passiert ist. Bro, Polo G droppte nicht sein Album. Er hat ja noch gemeint gehabt, hey, ich werde mit Musik aufhören nach diesem Album. Und die erste Single war richtig geil. Es war auch ein Piano G, aber es ist trotzdem eine geile Single. Und danach sind Videos rausgekommen, wie Polo G sein Haus geradet wurde. Guck mal, hier sieht man Polo G seinen Bruder, Trench Baby, der von der Polizei festgehalten wird. Und da hinten ist Polo G. Das war am 22., glaube ich. Nee, das war am 24. Nee, das glaube ich. Das war am 23., genau. Hier, guck mal, das ist der Bruder von Polo G. Und der hat aufgenommen, wie die ganzen US-Marshalls sein Haus umzingelt haben. Bro, und wegen was denn, Alter? Das verstehe ich nämlich nicht ganz. Das Ding ist, ein Tag später, die wurden jetzt nicht richtig verhaftet, die wurden halt kurz festgehalten und so weiter, solange die alles durchsucht haben. Und nachdem sie freigelassen wurden, wurden die erneut verhaftet. Und diesmal wegen Kidnapping, Robbery und Assault. Und ich verstehe nicht, warum. Warum haben die das nötig? Didn't end of the police raid at their home. In fact, they only got worse. Genau. Bro, äh, äh, äh. Police TV, Outstanding Orange, Kidnapping. Assault with a deadly weapon. Das heißt, sie haben jemanden mit einer tödlichen Waffe bedroht. Und das Ganze ist letzten April passiert. Warum, Alter? Polo G. ist ein mehrfacher Platin-Rapper. Ich glaube, das ist der einzige Rapper, der es geschafft hat, dass jedes von seinen Projekten Platin gegangen ist, Alter. Der Typ hat Cash ohne Ende und dann macht er so eine Kacke mit, wenn das wirklich stimmt. Die beiden wurden für, ähm, eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar freigelassen. Jeweils. Das heißt, die beiden sind jetzt auf freiem Fuß. Aber diese ganzen Charges, Bro, das ist kein Spaß. Das ist überhaupt kein Spaß. Wenn das wirklich ernste Charges sind, Bro, dann kann es gut sein, dass Polo G. hinter Gittern kommt. Das ist, Alter, so wie unnötig. Ich meine, Polo G. kommt ja aus den Trenches. Er ist jetzt kein Gangbanger und so gewesen. Aber trotzdem. Er kommt von ganz unten. Jetzt hat er es nach oben geschaffen. Er macht aber so eine Kacke mit. Oder lässt sich bei so einer Scheiße mit reinziehen, Alter. Ich verstehe das nicht. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Genau, enter Jamie. Wen soll er bedroht haben? Wen soll Polo G. bedroht haben, Alter? Das ergibt für mich keinen Sinn. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht, ob das Ganze überhaupt stimmt. Eventuell ist es komplett Cap. Eventuell sind es irgendwelche Ermittlungen, die ins Leere führen. Aber für die Farms-Apology, das machen jetzt doch nicht nötig, oder? Was denkt ihr, Alter? Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder nicht erklären. Vor allem, weil das so unnötige Charges sind. Das hört sich auch nicht irgendwie nach so diesen ganzen Gangbanging-Charges oder so an, Alter. Das ist so komisch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das krasse ist, ich bin der Meinung, das ist halt eine krasse Promo für sein Album. Das ist eine krasse Promo für sein Album, weil jetzt redet jeder über Polo G, Alter. Kein Plan. Maybe irgendwelche Rache an irgendjemanden. Ja, aber das hört sich nicht nach einer Rachetat an, Bro. Das hört sich überhaupt nach einer Rachetat an. Das Ding ist, was ich jetzt halt auch im Kopf habe, Polo G hatte schon krasse Probleme mit den Bullen, ne? Die Bullen haben ihn schon zum Teil echt unfair behandelt. Da gab es ja dieses eine Video, was viral gegangen ist. Keine Ahnung. Also Polo G hat schon die ganze Zeit irgendwelche Probleme mit den Bullen. Und genau, egal ob schuldig oder nicht, sehr gute Promo. Naja, Leute, ich verstehe nicht, warum Polo G das gemacht hat, Alter. Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Wenn er das wirklich gemacht hat. Irgendjemand hat auch mal kommentiert gehabt, das Ganze liegt an Trenchbaby, dass Trenchbaby diese ganze Scheiße begonnen hat. Was ich auch nicht verstehe, was komplett unnötig ist. Ich meine, Trenchbaby hat einen Multimillionär als Bruder. Und du bist bei ihm im Label oder der pusht dich. Das heißt, du kannst locker von deiner Musik leben, Alter. Das ist so komisch. Und das ist es. Die Promo nützt Polo ja nix, wenn er vor Gericht muss. Polo G und sein Bruder sind wieder auf freiem Fuß. Das heißt, sie warten jetzt auf ihre Gerichtsverhandlungen. Mal gucken, ob das Ganze auch überhaupt vor Gericht kommt. Ob das Ganze bis dahin fallen gelassen wird. Und das angebliche Opfer kennt man nicht. Das ist gerade eben so mega das Geheimnis. Keiner weiß, wer das angebliche Opfer ist. Ich schätze mal, das Ganze wird irgendwann ins Tageslicht kommen. Wird sowieso. Bei Polo G wurden drei MPs und eine Shotgun gefunden. Ja gut, Bro, es muss ja nichts heißen, wenn die registriert sind, ist es okay. Illegale Waffen. Alter, ist es gerade eben rausgekommen oder was? Bei Polo G wurden illegale Waffen gefunden? Bro, er ist am Arsch. Chillt mal, Jungs. Ich google das hier nebenbei. Und danach zeige ich euch hier auf Twitch alles. Ne, man, auf Team C ist noch nichts. Als ob illegale Waffen bei dem gefunden wurden. Dann ist er ja am Arsch. Bei Academics. Okay, jetzt schau mal. Ja, ich sehe es. Chill, ich zeige euch den Chat. Äh, das, das, das Bild. Seven, sieben Waffen wurden bei seinem Haus, äh, bei seiner Hausdurchsuchung gefunden. His brother, Trenchbaby, is being accused of robbing a videographer at gunpoint during a videoshoot. Bro, diese ganze Scheiße ist jetzt nur passiert, weil der Bruder von Polo G, einen Videografen, der wahrscheinlich sein Musikvideo gedreht hat, ausgeraubt hat. Bro, wie dumm. Guns, drugs found during raid, both charged in robbery case. Beide werden aber dafür eingeklagt. Beide wurden dafür verhaftet, aber beide sind inzwischen raus. The alleged victim arrived on location to film the video, and cops said Trenchbaby drew a handgun with a extended magazine. Running the man empty his pockets and wire money to him into another account. Okay, interessant, interessant. Trenchbaby hat den Videografen, sobald er ausgestiegen ist, mit einer Waffe bedroht und gemeint, hey, leer deine Taschen und schick mir dein Geld. Und die beiden haben davor zusammengearbeitet, also Trenchbaby und der Videografen. Und als er festgenommen wurde, hatte er halt ein kleines Baggy mit unbekannten Drogen bei sich. Und Polo, Polo G wurde festgenommen für illegalen Waffenbesitz. Okay, 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 jetzt sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Aua, ich hab mich angestoßen. Okay, Bro, guck mal. Ähm, wenn Polo, Polo G für den illegalen Waffenbesitz gefickt wird und dann noch mit dieser ganzen Scheiße da, danke für den Follow, mit dieser ganzen Scheiße, da auch noch irgendwie mit rein verurteilt wird, Alter, da mit dieser ganzen, mit dem Raub und mit diesem ganzen Kidnapping und so. Bro, da haben die ja nicht mehr über Kidnapping geredet, ne? Das heißt, Trenchbaby hat diesen armen Videografen noch gekidnappt. What the fuck? Crazy. Okay, Leute, das ist crazy. Okay, Leute, das ist crazy.